In der EM. Wahnsinn. Die wird auch bleiben. Jerome Boateng liegt im Tor, aber der Ball Gott sei Dank im Tor. Ja, man stelle sich vor, er geht gar nicht hin, dann steht da auch ein Ukrainer hinter ihm. Und den Ball dann so noch ohne Rücksicht auf Verluste wegzukommen. Hättest du einen Blinden am Durchbruch gehabt, glaube ich, bei der Rettungsaktion.